Das ist das Leichtgewicht in der Familie der KRONE Sattelauflieger, der Profi-Liner Ultra. Mit rund 5630 Kilogramm Gesamtgewicht ist der Ultra eine halbe Tonne leichter als ein Standard-Profi-Liner. Und das hat Gründe. Die Felgen des Trailers zum Beispiel sind aus leichtem Aluminium, genauso wie seine Stützen. Die Luftkessel unter dem Fahrzeug sind ebenfalls aus diesem gewichtsfreundlichen Material. Und auch die Hecktür des Profi-Liner Ultra ist aus dem Leichtmetall Aluminium. Der Trailer verfügt über ein optimiertes Bodenkonzept und auch das Chassis haben die KRONE Ingenieure abgespeckt. Aussparungen im Rahmen führen zu Gewichtsoptimierungen. Mit einer zulässigen Staplerachslast von 5460 Kilogramm ist er für den Transportalltag bestens gerüstet. Insgesamt wurden beim Ultra bis zu 500 Kilo Eigengewicht gespart. Das bedeutet mehr Nutzlast und weniger Transportaufkommen. Der Ultra verringert den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emission und leistet somit seinen Beitrag für die Umwelt. Der Profi-Liner Ultra von KRONE. Eine verantwortungsvolle Lösung.